Sie werden sich denken, Traumwetter mit Ostwind an den Küsten. Auf Gut Wettervertrau beginnt der Tag nebelgrau. Wir haben an der Ostsee erst Nebel und Hochnebel, dann strahlenden Sonnenschein. Die Quellwolken, die sich aus dem Nebel bilden, werden sich auflösen. Wir haben es hier mit einer östlichen Strömung zu tun. Die sorgt für die sehr trockene Luft, die von den Hochs über Nordeuropa kommen. Und auf die iberischen Halbinsel dreht sich ein Tief. Das bringt erst einmal warme und trockene Luft in den Süden Deutschlands. Die wird dann später feuchter. Und übrigens, an Nord- und Ostsee ist es deutlich freundlicher als beispielsweise in Spanien und Portugal und auch in Nordafrika. Hier fällt Regen. Anfangs haben wir eben von Schleswig-Holstein bis rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, direkt an der Küste, noch Nebel und Hochnebel. Und ein paar Hochnebelfelder halten sich auch etwa von den Donauniederungen über die Holledau bis in den Münchner Raum. Sowohl dieser Hochnebel als auch dieser Nebel lösen sich auf. Und dann ist es strahlend sonnig, teilweise wolkenlos. Das bilden sich später ein paar Quellwolken, vor allem über den Bergen. Und wir haben in Vorpommern und im östlichen Brandenburg ein mini, mini, minimales Schauer- und Gewitterrisiko. Es bleibt aber größtenteils trocken und eben an den Küsten super sonnig. Hier haben wir 14 Stunden Sonnenschein. Sie wissen, erst mal muss sich der Nebel auflösen. An der Nordsee sind es 16 Stunden Sonne. Auch beispielsweise in der Leipziger Tieflandsbucht. Und in der Lausitz, wenn der Nebel sich aufgelöst hat, sind es im Norden Oberbeins auch hier 11 Stunden Sonne. Sprich, es wird ein sehr, sehr sonniger Tag werden. Das Ganze bei Höchstwerten von 23 Grad in den Mittelgebirgen und 30 Grad am Oberrhein. An der Ostsee, da ist es mit auflandigem Wind kühler, mit rund 19 Grad. Und der Wind kommt hier aus nordöstlichen Richtungen. Der Stärke 3 bis 4 im Mittel. Und mit jedem Kilometer weiter nach Süden wird der Wind schwächer. Vom Saargau über den Breisgau bis in den Chiemgau ist der Wind sehr, sehr schwach. Und das heißt, die Temperaturen fühlen sich hier wärmer an, als es das Thermometer anzeigt. Die gefühlten Temperaturen liegen hier so bei etwas über 30 Grad. Gewöhnen Sie sich dran. Es wird in den nächsten Tagen noch heißer. Und durch den auflandigen Wind an der Ostsee sind es hier gefühlte 18 Grad.